Okay, es geht gleich zu der nächsten Insel weiter, die ist da. Lass mich doch nochmal Festival Land. Ja, so muss es sein. Zu dieser Insel zu kommen, weiß ich nicht. Zu dieser Insel zu kommen, weiß man, weiß muss sie nicht. Ich weiß es auch nicht, ihr könnt ja nachgucken. Ja, ihr habt es vergessen, ihr könnt es ja trotzdem nachgucken. Wikipedia, Google ist euer bester Freund, also ist egal. Ah ja, es gibt diese Insel, Festival Land, und kannst du draufklicken, bitte? Danke. Und jetzt gibt es die 11 Level, die wir jetzt machen, und danach geht es zu der letzten Insel. Und dann ist auch das Let's Play vorbei, und dann ist es vorbei. Ich hoffe, ich nehme mich. Jetzt kannst du viele Charaktere nehmen, das sind alle leichte. White Beard! Ah ja, Pandaman haben wir bisher auch nicht getroffen, oder? Nein. Ah, auch, das ist vielleicht okay. Guck mal, Schaden, 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 weniger. Und dann noch Helpschaden. Hm. Soll ich gleich versuchen, Pandaman zu finden? Wie hast du diesen Fischkopf gefunden? Ich hab ihn irgendwie bekommen, ne? Irgendwie? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr alles. Oh, okay. Ach ja, wenn ihr wissen wollt, wer Pandaman ist, gibt es bei YouTube... Nicht bei YouTube, bei Google einen. One Piece Wiki Pandaman, der werdet ihr herausfinden, wer das ist. Auf Wiki. Auf Wiki. Ich hab's auch nicht rausgefunden, jetzt weiß ich... Äh, jetzt weiß ich, wer das ist, und ich bin verwundert. Und die werden alle hier schnell sterben, oder? Ja. Wieso ist... Wieso sind die alle auf Stufe 16 und so? Ja. Also kann man diese Insta auch früher freischalten, oder wie? Sagt sie mal, ja, ich weiß aber nicht, wie es ist. Egal, ich will ja alles zeigen, dass man auch... Dass man... Dass man... Dass man weiß, dass man alles hier bekommen kann. Boah, wie brutal. Egal, verprügeln. Bisschen verprügeln, schadet nie. Werden wir doch schnell den Kampf, oder? Ja, die hauen das nicht ab. Ist das hier zu gewinnen oder zu überleben? Gewinnen. Also zockt. Der muss auch gleich sterben, oder? Okay, der ist tot. War viel schon längst tot. Warte, Eis. Ja. Das ist um die Rechnungswechse, ne? Ach, 3.02. Gelähmt. Toast. Das ist nützlich. Game set, doch. Game set, doch. Okay. Schön zu wissen. Jetzt kommt der nächste Charakter, den wir jetzt noch zeigen müssen. Ist mindestens fünf Koteletts. Ich meine, das ist auch nicht so schnell. Ist mindestens fünf Koteletts. Nö, ich mal... Ein schnellerer Charakter, oder? Ja. Nami? Lä, ich hab' ich shoppen. Ja, wir sind shopper zeigen, schadet nie. Schadet nie. Schadet nie. Fünf Koteletts, mindestens. Ja. Kann man das auch so machen? Ach so, du gehst'n doch gleich, Mann. Er hat keine Chance mehr. Ich glaub' ich hab' den Kopf, komm'n. Ich glaub' ich hab' den Kopf, komm'n. Nicht lass' auf dich, oh. Nein, ich wollt' noch mal fangen. Oh, Mann. Ich hab' den Kopf, komm' mal fangen. So gegangen. Das ist auch, ähm... Robin ein... Wo ist der? Ja. Ah, der Bastard ist das abgehauen. Aber die ganze Zeit gab. Wie? Vielleicht hat der schon? Ich weiß nicht, ich muss ja zahlen. Ey, der ne Zeit. Ich weiß nicht, ich beinke. Ich weiß nicht, ich beinke. Scheiße. Ach so, jetzt kann ich an meinen Leuten warten. Alter, ne Zeit, das ist kacke. Ja, ich kann, ich muss ja warten. Der Kopf gibt's noch drin. Warum noch mehr was drin ist? Egal, lass' es gleich aus. Das ist sowieso... Das ist nix, was wichtiges. Das ist auch nicht steuerrelevant. Man weiß ja, was man da machen soll. Ja, okay. Mir ist halt egal. Nein, Nick, kein neuer Versuch. Also das lassen wir aus. Das ist sowieso simpel. Ihr müsst einfach Fläche sammeln. Das kann jeder voll die Dirt. Das ist auch cool. Ich sag' mir jetzt gerne, ich will, als ein Gegner. Das echt... Du hast echt recht. Man könnte das eigentlich auslassen. Egal, wir zeigen das mal alles. Mit wem jetzt? Deshalb? Wir wollen gucken mal auch. Er war die Spezial. Ja, er war die Spezial. Die war noch der dritte Seite. Ein vierten. Ich glaub' ich will, alle Frauen. Wieso alle Frauen? Vielleicht gibt's ja. Wie viel Frauen? Okay nein, ähm. so ein bisschen schon hat auch er auch mal so verdammt einfach alle sieben 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 alle sondern gold watch als charakter als support was kann dann als support und nie ausprobiert er ist kein sieben sommer das war auch gerade auf diesen komischen ich werde niemanden an meinen schätzen lassen wer die konstruktion für die kanalte ganz verloren was jetzt alle schätzungen immer erstmal verprügeln sie schlägt diese behindert wo sind die juwelen egal ist reis jawohl die park egal erst wie will hast du egal in dem bahn und werf auf jemanden von wo kam das Ich hab keine Ahnung. Hey, warum ist das? Ah, noch eins. Okay, du hast gewonnen. Nein. Ach, schon besiegt. Auch besiegt's. Ja, aber alle Pfeile, ne? Das ist ja voll stark drin. Dann haben wir das auch geschafft. Okay, die hat ein Level Up bekommen. Schaffst, glaubst du, ich schaffst das in 20 Minuten, ja, oder? Boah, hab ich nicht. Sammeln mehr Rätsel, haftet Pilze. Ich hab Pilze sammeln. Ach, das sind so diese behinderte Aufgaben. Ach, das sind so diese behinderte Aufgaben. Ja, auch so. Äh, da ein Flamingo ist da. Und da ist er auch. Ja, ist klar, Jinbei. Der ist so langsam. Was ist hier genau die Aufgabe? Pizze sammeln, oder? Oh nein, ich hab die Schlangenbraut. Du sollst hier selbst... Damit... Ich muss hier sammeln, ne? Hallo, setz auf. Was machst du jetzt? Was machst du? Was machst du? Ey, das ist so ein schwacher Charakter. Was? Meins, 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 meins. Das ist irgendwie ganz simpel, oder? Bisschen Schattenfleidemäuse. Noch ein Pilzer. Egal, du hast gewonnen. Sogar 8. War das nicht 7? Können wir auch nicht sehen. 8. 8. Das letzte hast du noch bekommen. Okay, jetzt hin noch insgesamt. Überlege Kampf. Wellen Kampf. Überlege Kampf. Oder Überlege Kampf. Also kannst du ja jemanden von den sieben Samurai-Doll wählen, oder? Ich glaube ich bin so sehr wichtig. sie war das was ich habe haben ja die Rhythmus an der Dörbungen der Ball und das ist der Handball hast du denn er hat der Bieter komm ich etwa das ist behindert da ist bisschen gebofft oder wir sind konnte damit gehalt also wenn du gewinnst das auch geworden ich habe einfach ins feuer dann ist geklärt durch springt aber das ist ja immer noch dass er kein dach kaputt gehauen konnte das war so unlogisch eine spezielle dacke der Fall in der Hölle Mann man kann eigentlich dazu nicht zu kommentieren muss ich kommentieren Verteidigung ich bin schnell nach unten dann guck mal zu welchen Luft bin wenn ich nochmal jetzt schon drücken dann zack mach mal einen Spezialtag zuletzt die Sekunde 80 noch? ach so nein wenn er es 3 dann hätte ich ihn noch damit getroffen ach so aber ich glaube er wäre eh nicht mit mir ne Koffer sind abgeschlossen mhm jetzt noch 5 dann haben wir das auch geklärt die Augenbrauen sind sieh die Augenbrauen Piraten die Augenbrauen sind also Sanji oder was ich weiß nicht an buggy willst du? buggy buggy ja buggy buggy deine Truppe wo seine Truppe dann doch warte vielleicht mit denen er zu tun hatte und ähm was hat ja noch zu tun mit dem mit dem mit dem mit dem zu tun mit dem zu tun hat da auch was zu tun hallo mit dem down sag ich nur ja aber ich meine mit denen alle 3 was whitebeard nein sag ich doch nein guck doch dann würde so ein ähm strich so n 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 warte vielleicht vielleicht ähm nee aber warte warte nein vielleicht haben die auch eigentlich ja ok ich hab auch keine Ahnung egal nimm mir einfach irgendwelche da war was hast du gesehen? was wir sind die Augenbrauen Piraten ja aber mit den Namen würde ich nicht angeben mir gefällt der deswegen bin ich hier bringen wir das hin ach Loki ist da ja wenn wir gleich mal Gold was mach ich denn ich bin das so lustig hä? hast du dich mir verwirrt? ach das meint die seien Augenbrauen sind zu verwirren oder was? egal ein bisschen Gold Roger einsetzen oder? was kann er denn eigentlich? was kann er denn gleich mal angucken? seine Spielzahlattacke? ist das nicht die Buggy Kanone? hm guck mal jetzt seine ganze Schiffe guck mal jetzt guck mal jetzt guck mal jetzt jetzt kommt seine Rayleigh egal bisschen Gold Roger was hat das denn? hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ist das so sinnlos egal kommt Dr. Q doch Q doch Q ist ein Apfel von mir ja Rayleigh well das hab ich voll schlimm wohl das ist gar nicht da kannst du kannst du ja letzt mal wieder angucken da kannst du ja ob das so eine Verbindung ist ja ich hab das ja nur wegen 1 grad oder so die besicht deine gehen also du bist ständig im Würzstatus kein Start wo man kein Schuss ach so diese Schöli Ding da genau äh magelang bisschen magelang ah Ivan komm ok es kann ein bisschen schwer werden weil er ist LL 26 ähm Ivan also Ivan Ivan Inazuma meine ich wo ist der? stimmt äh was soll ich jetzt noch ich sollte noch ein bisschen tun nehmen da ist er da da äh und Inazuma ist da naja das ist keine Truppe ach doch aber nur die zwei wer ist der? was ist das? ähm okoma 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 was meint er nicht was noch in der Tramse? ähm ähm ja auch damit egal 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 ich glaube wirklich dass er eine war nein dann nimm der Mr. Free vielleicht passt das nein guck ok ähm 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 das ist nicht so niemand ne das ist mit dem 2 stimmt wo Sprengen? aber Ray hat er nichts damit zu gewalt Rayleigh ist noch da vielleicht hat er noch eine Verbindung na Rayleigh? Rayleigh? Rayleigh ich guck mal was nicht so aber glaube ich Rayleigh hat vielleicht da oben wer hat er eine Verbindung? nein ich kann nicht mal mal Korko da als Tramse ist nicht kann man da kann man nie wissen ich glaube ich habe eine schwierige Kindheit gehabt sehr schwierige Kindheit hallo los geht's du bist ganz schön verlauert komm mir lieber nicht in die Quere Guck nötz wie geht er jetzt nach vorne nötzmodus will er jetzt kämpfen oder was nötzmodus nötzmodus geht man ganz und nach vorne oder was soll ich jetzt ja so ich guck man kann keinen Schutz einsetzen ja die mag ja meistens ach nein ich gibt Zeiten ja jetzt kommt die Lawine nein 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 auch Schutz ja du bist auf dem Schiff gelandet so ist es gut nur die nicht nein ich komme juhu okay von curry von curry ja er ist gut guck mal mein gps an siehst du steigt hast du wegen von curry ja was macht die Summa eigentlich in der Art of warte es noch bis hin jetzt kommt die der Freak ich weiß es nicht was macht es denn Galaxie ist Winken trifft er das ist übertrieben aus jetzt mal ja jetzt mal ja jetzt mal es ist ja gut dass er da ist ja ich weiß es war fischi war willkommen in die Rechte ist er gestorben ja er hat nicht so gut Ein bisschen erniedrigen, oder was? Ah, aber die ist cool Gibst du mir zu erniedrigen, aber Ja, die ist cool, guck doch mal Ein Traum von Evans Oh, nein, man Ich finde die so cool Das ist eine Massakeraufgabe Wie, wie jetzt nur? Drei Haben wir die Mittleren da gemacht? Ja, oder? Nimm mich erst am Schluss, weil die haste Ja? Ja Wieso, was muss man sagen? Jederzeit Warum haste die? Warum haste die? Was sollst du da machen? Ich muss sammeln, äh, haben jetzt grad nicht gelesen, ne? Achso, ich muss die Trunen kaputt kommen, guck Ja, das ist so komisch Kleiner Bug Ja, könnte sein Ich muss die anderen tun Jetzt ist es schon Also, sollst du die Trunen kaputt machen, kannst du nicht einfach schlagen Kann nicht schlagen Das war die witzige Aufgabe War die witzige Aufgabe Also, gar nicht witzig Oh, jetzt ist ein bisschen Nein Einfach zerstören Ah, geschafft Ja, wie soll ich jetzt zerstören zu sofort? Ich muss noch was anderes Andi könnte ich auch Hilfskarte benutzen, aber egal Egal ohne Hilf Ich glaub ich will jetzt, wir, guck Ist ja noch knapp Wie viele Juwelen hast du gesammelt? Zwölf Äh, achso, Juwelen, das weiß ich nicht Also, ich hab zwölf Trunen kaputt Ist die Mittleren vornehmen Guck, drei, fünf, zehn, ne? Und guck mal Ähm, dreißig Wer greift dich alles an? Das sind vier Gegner Und die hindern mich Okay, mach